Was ist das denn? Welcome to Norway! How expensive everything is! Hallo Freunde! Jetzt sind wir hier auf der nächsten Supercharger. Hier ist eine riesige Einkaufslandschaft. Hier gibt es Europris, ein Gartencenter. Und hier gibt es auch einen Gop. Einen Gop von der Schweiz. Kann doch gut sein. So schaut das aus. Das Geschäft ist riesig. Wolltest du, was ich gefunden habe? Hier steht oben. Passt perfekt. Zum Topping. Der ist perfekt. Den nehmen wir. Er wollte schon den Fake, den vorgenommenen... Wie sagt man das? Den vorhanden. Wie sagst du das? Die Torte gepackt. Die Zauber. Die vorhanden. Da kannst du die Nisle nachlassen. Ich teste gut. Ich nehme da so ein Schokohasel. Das ist geil. Schau da Leute. Die kleine Nattefabriken. Keine tolle Geschichte. Wir trafen viel auf den Schalken. Totenflag. Kaffeemilch. Manelmilch. Jollermilch. Grinnermilch. Tänemilch. Jockmilch. Keine Ahnung. Es ist einfach zu viel. Da gibt es Fisch. Nicht einmal teuer. Der riesige Lachs. Das riesige Tal. Kannst leid. Leid. 20 Euro. Und da kannst du direkt die Krabben rauslassen. Heißt ja wie scary. Das klingt genau voll nach Hawaii. Ja. Von der Kanne. Da gibt es einfach eine Aufschneidemaschine. Da kannst du es außerdem. Außer Plastik. Und da kannst du hinfüllen. Was sagen wir eigentlich noch? How to eat cereal. How to eat a bowl of cereal. Eating a cold cereal. Das ist schon mal falsch. Was ist gleich. Wie soll ich das sagen? Ein Damotti... Ooooooo-oo... Oooo-ooo-oo... Ooooh-ooo-ooo-oahh-oo. And I'm feelin Columbus. I'm feelin... We need something more cinematic! We need something more cinematic! We need something more cinematic! To be continued...